Noch einmal. Bei dem Elf ist es lustig, wenn man ihn so ein bisschen rumwirft, dann explodiert er sofort. Wartet. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Das musste sein. Okay, danke für den Magneten. Ich kann spüren, dass er was Besonderes an ihm. Hast du es auch bemerkt? Was? Mach dir keine Sorgen, ich werde dir trotzdem mal was basteln. Ich bin nicht wirklich gut, was Deadlines angeht. Aber du kannst hier das hier haben fürs Erste. Ich denke, es ist kaputt. Du bekommst einen Thermometer. Ein wandelndes Auge. Und noch ein Foto. Meine Nase joggt schon seit ich die Aufnahme überhaupt begonnen habe. Ich glaube, ich bin allergisch gegen Aufnahmen. Alter, Nase. Das ist behindertes Foto. Was haben wir noch hier? Hier, wenn sich Leute in der Metal-Rock-Branche so auskennen von euch, wird denen das gleich bekannt vorkommen. Das war's, was die... Naja, werdet gleich sehen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Nächstes Mal seit ich... Das ist der Original. Hitler-Josch-Klassik. Behindert, der da reinverriss. Ich frage mich immer noch, wer aufs Wart kommt. White-Hot-Hot-Hot-U-S-Growel. Heule ist er, glaube ich. Und weil die Nase joggt. Was ist das hier? Warum sind die so eingerahmt? Warum ist hier nichts eingerahmt? Mama. Warte, 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 warte. Yeah. So sehen wir aus. Oh mein Gott. Ein Glück. Es wäre extrem lustig gewesen, hätte er jetzt wirklich ein Foto von mir gemacht. Der ist jetzt hier gerade nackt. Der hättet ihr meinen Penis bewundern können. Nein, Quatsch. Valkyre-Puppe! Ich weiß, das war gerade ein wenig laut. Komm schon. Mach hin! Jetzt! Wir zocken! Äh, verbrennen! Ich verbrenne Little Inferno in. Wasser ins Spiel. Jawohl, Little Inferno. So, hier. Feuer aufsaugen. Wie geil! Man kann ja nicht hinten rumdrehen. Little Inferno. Ich hab grad voll auf mein Keyboard gespuckt, Alter. Hallo. Ja, sie dreht ja übel durch, Alter. Ja, auch hier. Feuer einsaugen. Feuer einsaugen. Feuer einsaugen. Zieh jetzt! Zieh weg! Alter, sie ist selbst verbrannt. Bam! Ohohoho. Spenne. Was ich in meinem... Ich bin auch bei der Hitze hier überleben kann, ne? Du musst mir überlegen, dass das ein Ofen... Äh, ein Kamin. Puh, Mini-Nuke, Alter. Ohne Katze. Kätzchen... Kätzchen-Pupu-Stofftier. Muss man sich mal überlegen. Die Spinne überlebt. Die Spinne überleben ja einfach und renn hier rum. Oh, wie übel die kranken Feuer. Du schützt ihn gar nicht. Oh, ein neuer Brief! Gucken wir, wer uns diesmal geschrieben hat. Oh, ich vergaß. Das war etwas... Da war etwas, das ich dir noch sagen wollte. Bist du da? Hm? Hm? Ja, dann. Sag's mir. Oh, den dritten haben wir schon. Finde fünf mehr Kombos. Kreditgeber-Kombo. Filmamt-Kombo. Sie-Fahrer-Kombo. Ja, das ist kein Problem. Es ist kein Problem. Oh mein Gott, Alter. Was ist das für ein Landstreiche? Warte mal. Boah, ich hab kein Geld mehr. Ich weiß, dass du da bist. Du willst wissen, warum ich das weiß? Du bist bereit dafür, dass ich dir etwas verrate? Wirklich bereit? Okay. Hör mir gut zu. Ich bin deine Nachbarin. Alter. Wenn die da wirklich da unten auf dem kleinen Bildchen ist, ne? WTF. Wieder die Elefanten in der Bude. Die ist ja voll gegen die Wand gerannt eben. Und ich glaube, ich bin hier gefangen. Genau wie du. Du und ich. Und eine schmale Wand zwischen uns. Ja, obwohl wenn die wirklich so schmal ist, Alter. Voll mit Backstein, so, weißt du. Von deiner Nachbarin. Sugar Plumps. Ey, wer nennt sich so, Alter. Oh, die Katze dazwischen. Ey, hat die gerade geschissen? Okay, ja, natürlich, hat die geschissen. Es ist alles wieder weg. Ja, das kann man natürlich machen, wenn man kein langes Feuer haben will. Miniaturmond. So, jetzt brauche ich den und ihn. Das. Boah, ich fiel mir jetzt auf einen Coin für. Die Combo mache ich noch und dann mache ich jetzt mal eine Aufschneuble-Pose. Das ist nämlich schon wieder dreiviertel elf. Ich möchte eigentlich gerne mal gucken, wer mir gerade geschrieben hat. Trauer. Ja, ich bin noch bei, Mensch. Nein. Boah, die darf ich nicht machen. Also die Combo jetzt hier. Richtige Wettermeldung. Die Wetterfeuer ist ja gesagt. Dunkle Schneewolken kommen aus allen Richtungen auf uns zu. Es kommt etwas auf uns zu. Etwas Großes. Großes. Haltet euch warm. Werbung vom Wetterballon. Über den Wolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Ja, geh mal weg. Ja, ich muss ihn jetzt nochmal wieder verbrennen. Alter, der ist jetzt. Was macht der? Da, was ist denn die Zähne? Schreckliche Zähne-Kombo. Ja. Das stimmt wohl. Äh, was haben wir denn noch für eine Kombos? Ähm, das war, was ist denn die schreckliche Zähne-Kombo? Da unten. LOL-Katze-Kombo. Wärmetauscher-Kombo. Magnetisches Herz-Kombo. Ähm. Dafür bräuchte ich den Magneten und das Metallherz. Ob ich aber nicht genug Münzen dafür und ich habe gerade gegähnt, tut mir leid. Yo, boy. Boot. Es ist lustig, man ist, äh, der Mond ist ja nicht der einzige Planete, den man hier sitzen kann. Ich gebe mir nach Pluto. Komm schon. Ja. Nein, was fehlt mir denn hier noch? Drei weitere Kombos, jawohl. Und ich brauche jetzt noch das Metall jetzt. Komm schon. Magnetisches Herz. Es hat mir keine Coins gegeben. Stirb. Stirb. Kaputt, Herz. Geh kaputt, Herz, Alter. Krankig auch einfach bin. Wie war das jetzt noch? Ähm, Filmabend-Kombos auch einfach. Dafür brauchen wir... Dafür brauchen wir... ...mau ich's am Stück und den Fernseher. Ja, da mach ich's am Stück und den Fernseher. Ja. So. Fernse brennt nicht mal. So. Eine mach ich noch. Zeitbomben-Kombo. Sieht dich kommen, wo? Sieht dich kommen, wo? Müsste dat? Und wird noch. Oh mein Gott, ich musste gehen. LOL-Katze-Kombo. LOL-Katze. War da nicht der? Und die Katze? Ich glaub schon. Also wenn es der nicht war, ist das egal. Dann guck ich nach. Ich hab nämlich keinen Bock hier, acht Jahre mit den Kombos selbst zu erbringen. Nein, das war die sieh dich. Und, und die LOL-Katze-Kombo. Ah, wie gut. Können wir uns den dritten Katalog kaufen? Der ist aber gleich zu teuer. Nein. Jawoll, wir haben den dritten Katalog im, weiß ich nicht, wieviel Parts ich jetzt schon hab. Warte mal. Ich weiß, wie wir das voll ganz schnell ausmachen können. So. Trocken aus. So, ein bisschen aufgeräumt. Einfach richtig aufräumt, um wie jetzt ist. So, was willst du? Oh. Hält dein Kamin dich warm? Weißt du, was noch gemütlicher ist als ein prasselndes Feuer? Eine Umarmung. Hm, hm, hm. 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 Ein Bye. Ein Gutschein für eine gratis Umarmung. Du wirst sie eines Tages vielleicht brauchen. Hm? Liebe Miss Nancy. Tomorrow collaboration. Hm? Ein Gutschein für eine gratis Umarmung. Hm? Springen wir weg, den Scheiß. Bam. So, kam hier wieder sauber. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise die Videos jetzt in der Zeit, lasst mir den Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Grad, wenn es hier da ist. Let's play Little Inferno oder irgendetwas anderes, was ich mir vielleicht noch auswählen denke. Vielleicht. Let's play. Mai. Ich weiß nicht. Ciao.